hallo leute und herzlich willkommen zum neuen video heute spielen wir mal wieder was für notruf hamburg heute spielen wir mal ein neues spiel was wir auf meinen kanal noch nie gespielt haben und zwar eisexpedition oder wie das heißt also das ist so ein spiel wo ich schreibe auch hier unten nochmal den richtigen titel hinein also wie das spiel richtig heißt und ja also heute wie schon gesagt spielen wir das spiel daraus werde ich eine playlist machen und zwar es wird fünf parts geben ich kann es kurz zeigen heute geht es bis camp 1 und wir machen halt bis kein zwei bis camp 3 und bis camp 4 und 5 wenn ihr auch fragt was kein 5 ist kämpfen wir einfach das ganz obere hier damit dem leuchtturm und ja heute sind wir mal bin ich mal nicht allein heute sind wir mal mit meinem freund unterwegs ja schreibe mal hallo in dem chat und schreibe einfach mal hallo ja und mit meiner schwester ich werde beide verlinken auch hallo schreiben ok und ja dann würde ich sagen beginnen wir mal so los geht's ich glaube sind schon keine ahnung wie lange das video dauern wird ich schreibe mal hier alles ein falls man bis zu bisschen zu laut ist mach mal den ton bisschen leiser hier auch ja also wie schon gesagt es wird fünf parts geben aber ich mache auch schon noch notruf hamburg videos also heute kommt dieses video morgen wird ein ding video kommen ein hamburg video übermorgen wieder das hier und keine schorgen wir spielen auch andere spiele so die zwei sind auch schon hinter mir also grüße gehen noch mal an euch zwei hinaus also an meinem freund und meine schwester so ich lasse auch mal vorspringen weil das sind auch schon schön schön so schreibt mir gerne in den kommentaren wie es auch geht leute ich weiß jetzt nicht wie lange wir bis zu camp 1 brauchen ich hoffe das dauert bisschen weil das werden ich will nicht dass wir sofort so schnell da sind weil das video muss bis zehn minuten bis hin also bisschen länger gehen so ich warte kurz auf meine freund hier ich hasse doch leite sprünge alter wo man mit das wohl verliebt und dabei sind ist ein zuschauer von mir warte mal ist ein zuschauer von mir ja das ist ein zuschauer von mir hallo die zuschauer grüße gehen euch hinaus wie heißt sie noch mal laurin mag pizza grüße gehen euch hinaus so wir gehen hier entlang ich glaube die schweiz sind schon vorgegangen ich glaube mein freund und was er ist ist jetzt das mein freund oder ich ach ja nein oh mein gott er ist unterflogen nein oder man erlebt noch oder lebt er noch ja er lebt noch gut versuche hoch zu warten ja gut 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 dass er noch lebt ich habe das hier ist denn niemand geht vor mir ist das schon besser gestorben ich hoffe nicht ich kann leider nicht auf sich warten ich muss das video machen aber trotzdem du hast es weiter ich hab kollege so es geht weiter mit der expedition hier entlang achtung hier müssen wir springen leute ach ja falls ihr euch fragt warum gestern und vorgestern kein video kam weil ich ja vier stunden schwimmen macht das ist die tausende spächer gewesen vielen lieben dank noch mal leute und ja das ist ich freue mich sehr drüber so also vielen lieben dank noch mal ich hoffe das brühen hat doch gefallen das wäre ich habe ich glaube zwei oder 300 aufrufe schon vor ein zwei tage war das also vorgestern bin da wird das so hier nicht mehr lang leute hier entlang falls ihr euch fragt wie sie nicht hören wir tun nebenbei telefonieren also mein freund auf stumm ach wir müssen hier entlang ich hoffe nicht dass ich runter fliege weil ich hasse wenn ich da runter ist so nervig ich warte mal auf die anderen und alles hier gut so wir sind schon glaube ich sechs sieben minuten und mein dicker habe ich nicht diesen blitz eingeschalten diesen blauen da doch habe ich aber ich glaube wir sind eh bald einmal bei camp 1 lass mich auf der karte schauen wir sind gerade wo steht der adventure nein da könnte ich nicht egal camp 1 auch camp 1 ist schon da vorne ja egal wir können camp 2 glaube ich nicht weil ich will ja auch fünf parts machen aber trotzdem können wir können ja noch dabei erkunden bis von ich hoffe nicht dass und runter fliegt so passt aber ich glaube wir haben es schon sechs minuten also ich komme nicht weiter ach so ja so schlafen natürlich muss man hier entlang ich trinke noch mal einen schluck auf die anderen energie haben wir noch genug echte gegen noch ein stück habe ich genug wasser dabei jetzt passt wieder wo ist mein freund hier so das heißt wir können weiter gehen so ich hoffe es fällt nicht wieder runter gut wir haben das spiel schon in meinem stream gespielt aber nicht durch gespielt also ich und wie heißt man ein zuschauer von mir die gehabt fast nicht sehen dass ein ding ist nein oh mein gott egal ja wir sind ja nicht schon bei kontrollpunkt 1 ich wollte mein freund ach ja wir denken und jetzt machen das ist noch mal voll mit dem wasser jetzt unsere energieregel auf und 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 aus so ok da kommen alle ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich bin ja doch ungefähr was ist das überhaupt weiß ich lass mal aus so da waren wir schon wieder ganz sicher noch nein und wir können dabei hier noch uns bisschen die letzten paar minuten anschauen weil es lohnt sich jetzt nicht mehr auf das zweite ding zu gehen hier ist noch ein zelt sind das vip zelt dass wir suchen rettung da können wir auch für jeden fall verschiedene zelt hier so große zelt danach gehen wir mal dahin ich glaube da kommt man nicht hinein dafür braucht man schon von rettungsding aber kann ich da wenigstens rein nein aber kann hier so dafür rettungsplatz da kommt man auch dann schade ich dachte da kommt man jetzt ein aber kommt dann auch in einem perfekten da kann auch unser video gleich beenden wartet so könnten wir es eigentlich beenden okay sie drehen sich in die andere richtung ob ich nur mal gut die maske da muss ich die maske da nur die maske darüber dass hier und das das so das was an okay dann würde ich was ist das blitz ach so dass genau das auch oder nein das erstmal aber ja dann würde ich eigentlich auch schon sagen lassen wir noch mal hier auf die zeit schauen jetzt genauer was dann würde ich aber auch schon sagen das war es mit dem video ich hoffe das hat doch gefallen falls ja lass gerne like und abo da und ich würde sagen wir sehen uns danach im nächsten video und ja tschüss bis zum nächsten Mal